Videos bearbeiten kann sehr aufwendig sein. Da verbringt man Stunde um Stunde, weil man immer wieder die richtige Stelle im Video suchen muss und weil man sich immer wieder die gleichen Stellen anhören muss. Und ich bin so froh, dass ich diese Funktion entdeckt habe, mit der das Video bearbeiten so viel schneller geht. Wenn du diese Funktion nutzt, dann kannst du dein Video viel schneller anschauen und findest die richtigen Stellen, die du vielleicht rausschneiden musst. Und genau das möchte ich dir heute zeigen, wie du das machen kannst. Und es wird dir, das verspreche ich dir, enorm viel Zeit ersparen. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Coach für Videomarketing. Ich habe früher Videobearbeitungsschnittsoftware benutzt wie iMovie, Movavi. Aber inzwischen nutze ich Type Studio, weil das ein textbasiertes Tool ist und weil es damit viel schneller geht. Es transkribiert automatisch das gesprochene Wort und das ist gerade bei solchen Talking Head Videos sehr gut. Das heißt, über den Text schneide ich dann meine Videos und die entsprechenden Stellen, wo ich mich versprochen habe oder wo ich etwas doppelt gesagt habe, schneide ich einfach aus. Und das macht mir das Bearbeiten der Videos so viel leichter. Dieses Tool Type Studio kann auch deine Pausen automatisch herausschneiden und dann macht es gar nichts, wenn du zwischendrin mal eine längere Pause hast oder zwischen zwei Anwendungen hin und her gewechselt hast, weil du etwas zeigen möchtest auf deinem Bildschirm. Das kann man ganz automatisch rausschneiden. Aber jetzt gibt es noch eine zusätzliche Funktion, die das Bearbeiten der Videos noch viel schneller macht. Und zwar ist das das schnellere Abspielen deines Videos. Diese Funktion gibt es auch in anderen Videoschnittprogrammen. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der das Video abläuft, während du es dir anhörst, erhöhst du einfach auf 1,5 oder 1,75 an Geschwindigkeit. Und damit ist ein 5-Minuten-Video, was du aufgenommen hast, nur noch 3 Minuten lang, während du es anschaust. Ich zeige dir jetzt, wie das in Type Studio aussieht, diese neue Funktion, die dazu gekommen ist, damit du in Zukunft Zeit sparst. Ich habe früher schon Videos gemacht zu Type Studio, wie du damit deine Videos bearbeiten kannst, schneiden kannst. Dazu verlinke ich dir die Videos hier oben. Schau dir auch die an. Das ist die Oberfläche von Type Studio. Wie man das Video hochlädt und alles, das habe ich dir in einem anderen Video erklärt. Du kannst auch erstmal mit dem kostenlosen Account arbeiten und damit drei Projekte bearbeiten. Wenn du meinen Rabattcode benutzt, Sabine20, dann bekommst du, wenn du auf die Bezahlversion wechselst, auch noch einen Rabatt auf den normalen Preis. Den Link und den Code findest du unten in der Beschreibung. Wenn du ein Video hochgeladen hast, dann sieht das Ganze so aus. Du hast hier auf der rechten Seite dein Videobild und hier links den transkribierten Text, über den du dein Video schneidest. Und du siehst hier, dieses Video ist 5 Minuten 26 lang. Und hier daneben findest du schon die Funktion, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Aber was ich dir zuerst empfehlen würde, ist die Pausen rauszuschneiden. Denn du siehst, hier überall, wo Punkte sind, habe ich nichts gesagt. Da habe ich zwischendrin mal den Bildschirm gewechselt oder etwas anderes gemacht. Und das muss ich mir ja nicht anschauen, sondern das kann ich schon vorher rausschneiden. Also gehst du einfach hier auf diesen Blitz, sagst Remove Pauses. Alles, was länger ist als drei Punkte, soll er mir herausschneiden. Und damit siehst du, der lange Anfang ist schon weg und in der Mitte, da wo ich auch länger nichts gesagt habe, das ist schon mal rausgeschnitten. Und damit ist das Video nur noch 4 Minuten 43 lang. Das heißt, ich muss mir auch viel weniger anschauen von meinem Video. Das spart mir auch schon Zeit. So, und jetzt hören wir mal rein, andere Menschen arbeiten von zu Hause aus. Du siehst, ich habe da schon relativ schnell gesprochen, aber damit das Bearbeiten jetzt noch schneller geht, gehe ich hier mal auf 1,5 und müssen tagtäglich Videocalls machen. Sei es, weil sie angestellt sind mit ihren Kollegen und ihrem Boss oder wenn du selbstständig bist. Und du siehst, ich verstehe noch jedes Wort, wenn ich da mal reinhören muss, wo ich mich versprochen habe, dann kann ich das noch gut erkennen. Und jetzt verrate ich dir noch einen Trick, wie du deine Videos schneller produzieren und schneiden kannst. Und zwar, wenn ich einen Versprecher mache, dann sage ich einfach Schnitt. Und sag den Satz, den ich gerade sagen wollte, nochmal. Type Studio ermöglicht es mir nämlich hier über die Suchenfunktion dieses Wort Schnitt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das in diesem Video gesagt habe. Nein, aber ich suche immer nach den Links, wenn ich sage, ich habe dir ein Video verlinkt. Du siehst, er zeigt mir Links an, wo diese Wörter auftauchen. Und genauso würde ich hier das Wort Schnitt auftauchen und dann könnte ich sagen, okay, das war jetzt zu viel. Alles, was davor ist, schneide ich weg. Und einfach über die Backspace-Taste, also die Zurück-Taste oder das Symbol für Schneiden, kann ich diesen Teil rausschneiden. Kann dann mein Video weiterhören. Und zwar kannst du mit der Leertaste das Video auch weiterlaufen lassen. Das zweite ist natürlich auch die Kleidung. Und wenn du wieder einen Punkt hast, wo du anhalten willst, drückst du wieder die Leertaste. Das heißt, du musst nicht mit der Maus nach irgendwelchen Buttons suchen, sondern einfach mit der Leertaste weiterlaufen lassen, schneiden, weiterlaufen lassen, schneiden. Und dadurch, dass du es schneller ablaufen lassen kannst, was ich eine geniale Funktion finde, geht das Abspielen einfach schneller und du kannst dir das ganze Video in einem schnelleren Tempo ansehen. Und damit geht das Video bearbeiten deutlich schneller. Schau dir auch diese Videos an, die ich dazu gemacht habe, All diese Dinge über die Tools, die ich verwende, um meine Videos zu produzieren, zu bearbeiten und zu promoten, bringe ich meinen Kunden auch bei in meiner Video Marketing Academy. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und vielleicht wäre das ja genau das Richtige für dich. Denn bei mir muss es immer einfach gehen, so einfach wie möglich. Und deshalb benutze ich solche innovativen Tools wie Type Studio, damit das Video produzieren, schneiden und promoten möglichst einfach wird. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabine. Tschüss.